In diesem Video werden die Rippen, das Sternum, zu deutsch Brustbein und der Thorax, zu deutsch Brustkorb thematisiert. Die Rippen stehen mit dem Brustwirbel in Verbindung. Dies ist die Perspektive von oben und so sieht es von vorne aus. Weiter sind die Rippen mit dem Sternum verbunden. Dieses besteht aus dem Manubrium, dem Handgriff, dem Korpus, dem Körper und dem Prozessus Xiphoideus, Schwertfortsatz. Zusammen hat das Brustbein die Form einer Krawatte. Bei Kindern und Jugendlichen sind diese Übergänge noch knorpelig. Sie verknöchern sich erst im Erwachsenenalter. Hier kann man jetzt ganz klar erkennen, dass die Rippen keine knöchene Verbindung zum Brustbein haben. In Wirklichkeit erfolgt die Verbindung der Rippen mit dem Brustbein über die Cartilago costalis, also den Rippenknorpel. Das kann man hier jetzt sehr gut erkennen. Die ersten sieben Rippenpaare erreichen das Sternum mittels der Rippenknorpeln direkt und werden daher echte Rippen, Koste-Wäre, bezeichnet. Die anderen fünf als falsche Rippenpaare, Koste-Spurie. Die achte bis zehnte Rippe haben nämlich nur mehr eine indirekte Verbindung, indem sich der Rippenknorpel an der nächsthöhen Rippe anlegt. Die 11. und 12. Rippe haben für gewöhnlich keinen Kontakt zum Sternum. Der Brustkorb wird von 12 Rippenpaaren und dem Sternum gebildet. Diese Strukturen sind durch Muskeln, die sogenannten Musculi intercostalis, Bänder, echten sowie unechten Gelenken beweglich miteinander verschwand. Der Brustkorb nimmt eine wichtige Rolle beim Schutz der inneren Organe ein. Er umschließt Herz und Lunge, ist oben und unten geöffnet und vergrößert seinen Umfang von oben nach unten. Der Thorax bildet für die Lunge eine stabile Hülle, die eine normale Atmung ermöglicht. Der Brustkorb ist nämlich so gestaltet, dass er durch Drehbewegungen der Rippen die Einatmung und Ausatmung ermöglicht, indem er sich ausdehnt bzw. zusammenzieht. Bei schweren Thoraxverletzungen kann es daher zu einer paradoxen Atmung kommen, die zur Ateminsuffizienz führt. Die Form des Brustkorbs kann individuell variieren und unterscheidet sich auch je nach Alter und Geschlecht. Bei Säuglingen stehen die Rippen nach hoherin total und senken sich im Alter immer weiter ab. Frauen haben einen kürzeren und schmäleren Thorax als Männer. Zum Abschluss seht ihr jetzt noch das weibliche Skelett. Das erkennt ihr am breiteren Becken und am schmalen Thorax. Und nun das männliche Skelett. Becken ist deutlich schmäler, dafür ist der Thorax breiter. Untertitelung des ZDF.